Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, aufgrund der sich häufenden Anfragen über Grafik, habe ich jetzt mal beschlossen, wir programmieren zusammen einen Raytracer. Das wird eine eigene Serie werden, weil das Ding wird ganz schön groß vermutlich. Und ja, es ist auch ziemlich anspruchsvoll. Deswegen, falls ihr was nicht versteht, schreibt am besten einen Kommentar dazu, das gilt natürlich immer. Und ja, ich werde mich dann versuchen, darum zu kümmern. Und ich werde natürlich auch versuchen, alles so gut wie es geht zu erklären. Okay, also wir fangen an mit einer Main-Klasse, die nenne ich jetzt mal Output. Und ja, ein Raytracer ist, könnt ihr euch so vorstellen, also wenn ihr eine Lichtquelle, wie zum Beispiel die Sonne habt, dann scheinen da ja Lichtstrahlen sozusagen. Und diese Lichtstrahlen werden auf Objekte gelenkt und von dort werden sie reflektiert. Und das, was ihr dann wahrnehmt, sind quasi diese reflektierten Lichtstrahlen. Beim Raytracing geht es genau andersrum. Dann nimmt man einfach die Lichtstrahlen vom Auge. Ja, ich habe hier gerade noch ein Paint-Off, ich zeige euch das am besten mal. So, also beim Raytracing ist es so, wir haben hier sozusagen die Kamera. Das hier ist jetzt die Kamera, beziehungsweise euer Auge, so könnt ihr euch das vorstellen. Und wir schauen in diese Richtung, wenn wir hier so gerade nach vorne gucken, sagen wir mal. Und hier ist dann irgendein Objekt, also zum Beispiel eine Kugel, die nicht wirklich rund ist, aber okay. Und ja, wir verfolgen, hier brauchen wir noch eine Lichtquelle. Hier haben wir doch so einen schönen Stern. Das ist eine Lichtquelle. Genau. So, und in Wirklichkeit ist es jetzt so, diese Lichtquelle scheint natürlich nicht nur auf diesen Punkt, sondern die scheint alles, was sie erreichen kann. Sprich, sie leuchtet bis hierher und ab hier ist dann verschattet und bis dahinten leuchtet sie auch und da unten ist dann auch wieder alles verschattet. Und für jeden Blick, den ihr hier quasi hinwerft, also alles, was ihr sehen könnt, ist ja folgendes hier. Die könnt ihr euch übrigens ungefähr als Punkt vorstellen. So, also ihr könnt das hier alles sehen und diese Sonne oder was auch immer kann aber nur von da bis da Licht werfen. So, und dieser Teil hier vorne, den ihr jetzt seht, da ist Sonne, beziehungsweise da ist Licht und hinten dran, also das hier unten, das ist verschattet. Und genau das wollen wir jetzt alles modellieren. Also das kann man natürlich mit verschiedenen Objekten dann machen. Ihr könnt es euch quasi so vorstellen, in Wirklichkeit ist es so, von hier kommen Lichtstrahlen und gehen zu eurem Auge und wir machen das jetzt so, wir nehmen die Lichtstrahlen, schießen die von der Kamera aus oder von eurem Auge und die landen dann auf dem Objekt. Das ist quasi das Grundlegende beim Raytracing. Ja, genau. So, alles klar. Okay, dann fangen wir mal richtig an und ich habe hier natürlich schon einiges vorbereitet, aber ich will das mit euch alles zusammen machen. Wir werden jetzt in diesem Video, also im Einsteiger-Video sozusagen, werden wir das Ganze in Swing modellieren, weil wir müssen ja irgendwo rein rendern. Es ist jetzt dieses Mal tatsächlich gerenderte Grafik, also nicht irgendwelche Bilder, die wir anzeigen, sondern selbst kreierte Bilder sozusagen, die man anzeigt. Und ja, die müssen irgendwo angezeigt werden und ich habe mich jetzt da einfach mal der Einfachheit entschieden, das Ganze in Swing zu machen, denn da habe ich ja auch Videos dazu. Das heißt, ihr könnt da einfach nachgucken, wenn ihr was zu Swing nicht versteht. Und ja, also ich habe hier jetzt erstmal ein paar Variablen und zwar, ich glaube, die sind für sich selbst treten, wenn ich hier Public Static Final Int Width, also die Breite. Und die sage ich einfach mal 640 und die Höhe möchte ich auf Public Static Final Int Hate ist 480. Das sind so Zahlen, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, Slow Definition. Furchtbare Sache damals, aber ja, wir haben hier, ja, passt glaube ich soweit. Okay, wir haben hier ein Private Buffered Image und das muss natürlich importiert werden, wird es automatisch und das nenne ich einfach mal Canvas. Und wir haben, ja, jetzt kommt schon der erste Trick hier, Private Static Output Instance, weil ich möchte, dass mein Output nur ein einziges Mal existiert. Also merkt euch bitte, diese Klasse hier heißt Output und wir haben hier tatsächlich eine Variable Output, die gibt es nur ein einziges Mal, deswegen ist sie Static. Und um auf diese Variable drauf zugreifen zu können, brauchen wir, da sie Private ist, natürlich eine Get-Methode. Und diese Get-Methode sieht folgendermaßen aus, Public Static, muss ja Static sein, weil die Variable auch Static ist, Output, Get Output. Und, ja, haben wir hier die Möglichkeit, dass Output wie am Anfang null ist, dann müssen wir das natürlich überprüfen, weil wir wollen ja nicht null zurückgeben, wir wollen ja tatsächlich jedes Mal eine Output Instance zurückgeben, Output.instance, wenn das null ist, dann kreieren wir uns ein neues Output, nehme ich mit Output.instance gleich New Output, übergeben hier Width und, ups, Alter, Hate, und dann geben wir einfach nur den Output zurück, also return, return, sagen wir mal, Output.instance. Okay, das nennt sich Singleton, weil es nur ein einziges Mal existieren kann hier, und wenn es nicht existiert, bzw. wenn es noch nicht initialisiert ist, dann erstellen wir ein neues. So, jetzt haben wir hier schon die nächste Methode, die ich mit euch schreiben möchte, und zwar diesen Konstruktor. Und dieser Konstruktor hier soll natürlich nicht Width 2, sondern einfach nur Width und Hate sein. So, genau, und ja, wir sagen hier in diesem Konstruktor erstmal, unser Canvas initialisieren wir, nämlich mit einem neuen Buffered Image, dem übergeben wir die Breite, die Höhe, denn wir wollen ja, dass das Bild auf Breite und Höhe zugeschnitten wird, da wird dann quasi später reingerendert in dieses Image. Ah, super, Werbung, danke, Avast. Ja, genau, also es wird da reingerendert, und dazu müssen wir auch noch übergeben, was wir reinrendern wollen, nämlich ein Farbwert. Wir wollen eventuell auch mal mit Transparenz arbeiten, mal schauen, wie weit wir kommen, deswegen sage ich hier einfach ARGB. Genau, so, also wir haben unser Bild initialisiert, wo wir später reinrendern wollen, und dann sagen wir hier in der Vorschleife, wir setzen uns einen Hintergrund quasi, also Freund i gleich 0, i kleiner canvas.getrate, ich fange mit der Höhe an, und i++, also wir schleifen einmal durch die Höhe durch, und schleifen einmal durch die Breite durch, j gleich 0, j kleiner canvas, canvas.get, okay, ich schreibe es aus, get with, und j++, so. Und hier drin initialisieren wir jetzt unseren Hintergrund, und der Hintergrund ist jetzt einfach standardmäßig mal blau, zRGB, würde ich mal so behaupten, kann man sich ja aussuchen, j ist in diesem Fall die Breite, i ist die Höhe, und hier sagen wir einfach color. und dann sagen wir hier blue, aber Vorsicht, color.blue liefert uns keinen RGB-Wert, beziehungsweise es liefert uns eine Farbe, und wir brauchen hier tatsächlich einen RGB-Wert als Zahl, als Integer. Deswegen, äh, nicht red, sondern RGB, genau. So liefert uns das Ganze ein Integer von der Farbe blau, und wir setzen den quasi auf jeden Pixel, das heißt, wir haben alle Pixel blau gemacht, und unser Bild ist sozusagen initial blau. Gut, ähm, dann sagen wir noch hier this.setpreferredsize, äh, achso, ja, genau, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich muss, ähm, ich muss natürlich hier das noch darstellen können, und deswegen, falls ihr euch noch an die, ähm, Swing-Tutorials erinnert, wir müssen hier ein J-Panel draus machen. Äh, dieses J-Panel müssen wir natürlich noch importieren. Das ist quasi dazu da, dass es angezeigt wird, so wie es soll. Und jetzt sagen wir hier preferred size, so hätte ich das gerne. New Dimension, wir wollen, dass unser, ähm, unser Bild so groß ist, also unser, äh, unser Fenster, das wir anzeigen, also dieses J-Panel ist quasi wie, wie dieses Fenster von Eclipse. Ähm, wir wollen, dass das so groß ist wie das Bild vom Buffered-Image, das wir hier halten, und das tun wir eben auch mit Width und Hate. So, ähm, genau, passt. So, und jetzt werden wir weitermachen, und zwar, wir brauchen noch mehrere Methoden, bevor wir das Ganze machen können. Ähm, und zwar zunächst einmal die Repaint, äh, die Paint-Component-Methode. Das ist eine, äh, Methode, die quasi schon eigentlich vorgegeben ist von J-Panel, schade, gibt's noch nicht, Component, nimmt ein Graphics-G, und, äh, das müssen wir natürlich auch noch importieren. So, und was wir jetzt hier drin machen, ist, wir rufen erst mal das auf, was unser Super möchte, also unsere Oberklasse, sprich J-Panel. Was J-Panel, äh, machen möchte, ist uns egal, wir rufen es einfach aus, auf und sagen, mach du mal, was du da machen wolltest, und dann sagen wir noch, zusätzlich zu dem, was da vorgemacht wurde, Graphics-2D, äh, ich hab's einfach mal G2 genannt, ist gleich, wir wissen ja, dass hier wahrscheinlich was Zweidimensionales reingetan wird, ähm, Graphics-2D, G, das heißt, wir casten es einfach um, damit wir damit weiterarbeiten können, und sagen dann hier, G2.Draw-Image, und stecken hier das Canvas rein, äh, what, was hat's jetzt getan? Das wollte ich nicht. Also, wir brauchen nicht alle davon, ähm, wir sagen hier einfach nur, wir stecken das Canvas rein, und dann brauchen wir noch zwei Argumente mehr, die sind uns völlig egal, sagen wir einfach Null-Null. Ähm, da kann man noch viel, viel mehr damit machen, aber das brauchen wir alles nicht. Also, wir wollen jetzt hier einfach bloß, dass, ähm, in unserem, in unserem Window, oder in unserem Fenster einfach dieses, äh, dieses Canvas dargestellt wird, und das haben wir so erreicht. So, und jetzt sind wir schon fast fertig. Ähm, naja, also, mit dem Raytrace haben wir noch nicht mal direkt angefangen, aber mit dem Aufsetzen von allem, was wir hier so machen sollten, oder wollten, dass wir mal ein Bild sehen. Ähm, ja. Gut, wir sagen hier einfach JFrame, also, wir sind jetzt hier in der Main-Methode, die wird ausgeführt, wie ihr euch vielleicht erinnert. JFrame gleich New, JFrame. Warum auch immer Output. Ähm, so, und hier geben wir jetzt einfach den Namen von dem Fenster an. Ich hab's einfach mal Direct Raytracing Demo genannt. Und wir sagen hier Frame.Add Und hier muss ein Component rein, hier sagen wir einfach Panel. Achso, unser Panel ist natürlich noch nicht initialisiert, das werde ich gleich noch mit euch machen. Ähm, dann sagen wir Frame.Pack und wir sagen Frame.SetVisible, quasi das, was man immer machen muss, wenn man ein, äh, JFrame, beziehungsweise ein, äh, ein JPanel anzeigen möchte, dann muss man einfach immer diese Schritte gehen. Man kreiert sich ein JFrame, man setzt, äh, man fügt diesem JFrame das Panel hinzu, also quasi unser Output. Man packt das Ganze, man macht's, äh, sichtbar, sonst wäre es unsichtbar und das wäre ein bisschen argwitzlos. Und was ich jetzt noch mache, ist folgendes, ähm, das sind so kleine Extras, die sind nicht unbedingt zwingend notwendig, aber es wäre vielleicht nicht, äh, ja, False sollte das hier sein. Ähm, wir machen, dass das Fenster nicht mehr, ähm, also, dass sich die Größe nicht ändert, denn wir wollen ja immer genau dieses Bild angucken und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, äh, es sollte vielleicht nicht unbedingt zurechtgezogen werden vom Nutzer. Dann sagen wir hier SetDefaultCloseOperation und hier sagen wir JFrame, ups, groß geschrieben, JFrame Punkt und dann ExitonClose. Das heißt, dass man auch wirklich, äh, das Programm sich beendet, wenn man hier oben auf diesen X-Button klickt. Äh, ich hasse das, wenn man das nicht tut. Ähm, ich finde das furchtbar nervig, sowas wie Skype, dass es sich dann minimiert. Furchtbar. Ähm, ja, und hier sagen wir dann, na, das machen wir jetzt noch nicht. Ähm, das machen wir danach. Denn das Video geht jetzt auch schon wieder 14 Minuten und ich wollte ja eigentlich nur mit euch kurz was machen, dass man überhaupt was sieht. So, und hier rufen wir einfach diese GetOutput-Methode auf und wenn die Output-Methode das erste Mal aufgerufen wird, dann initialisiert die unser neues Fenster und alle Male danach liefert sie uns einfach das bestehende Fenster zurück. Also liefert uns das GetOutput hier einfach ein, äh, Fenster und, ja, schön ist es. So, und wenn ich das Ganze jetzt starte, dann sehen wir hier ein 640x480 großes Fenster, ähm, das in einem wunderschönen, in einem blauen Ton gefärbt ist. So, wir haben immer noch nicht richtig angefangen mit dem Raytracing und das verspreche ich euch, machen wir im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.